Yo, was geht ab Leute? Ich melde mich wieder zu einem neuen Video und zwar und zwar wollte ich mich nur kurz bedanken für 300.000 Aufrufe auf diesem Kanal ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich und deswegen auf jeden Fall danke an jeden, der sich meine Videos angeguckt hat außerdem sind wir jetzt 1715 Abonnenten, danke auf jeden Fall dafür natürlich machen die meisten 300.000, das machen die auf einem Video so viele Aufrufe, aber ich denke mal jeder hat zu klein angefangen und deswegen auf jeden Fall ein Dankeschön an die, die sich meine Videos angeschaut haben ich bin jetzt auch aus dem Urlaub zurück und es werden wieder reichlich Videos kommen jetzt ich habe schon einige Ideen für neue Videos, habe aber derzeit noch keine Zeit gefunden die zu drehen aber es kommen in nächster Zeit auf jeden Fall einige Videos und wie gesagt nochmal danke an alle und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video